Zertifizierte Management-Systeme sind weltweit aus den meisten Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Die Integration solcher spezifischen ISO-Normen ist für Sie vermutlich sogar bereits gängige Praxis. Sie helfen, Ihr Unternehmen kontinuierlich zu verbessern und werden im globalen Markt immer häufiger gefordert. Ihre verschiedenen Management-Systeme können Sie natürlich separat in Ihrem Unternehmen laufen lassen. Eine effektivere Lösung ist allerdings die Kombination zu einem integrierten Management-System, kurz IMS. Ihr Vorteil? Sie schaffen Synergien und bündeln Ressourcen. Für ein IMS eignen sich besonders die Normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 und ISO 50001. Die ISO 9001 ist die weltweit häufigste Norm im Qualitätsmanagement. Mit ihr verbessern Sie Ihre Unternehmensleistung auf allen Ebenen. Mit einem Umweltmanagement-System nach ISO 14001 reduzieren Sie umweltschonend Ressourcen und nutzen diese effizienter. Diese Zertifizierung stärkt außerdem Ihr Markenimage, da die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Wirtschaft und in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert genießen. Die ISO 45001 enthält alle notwendigen Anforderungen an ein Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement-System und trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit Ihrer Belegschaft am Arbeitsplatz bei. Durch die ISO-Norm 50001 für Energiemanagement-Systeme verbessern Sie dauerhaft die energiebezogene Leistung Ihres Unternehmens und können so Energiekosten und CO2-Emissionen reduzieren. Mit einem ISO IEC 27001 zertifizierten Informationssicherheitsmanagement-System ISMS setzen Sie ein starkes Zeichen für die Sicherheit von Informationen, Daten und Systemen. Und durch ein Asset-Management-System nach ISO 55001 haben Sie schließlich einen guten Überblick über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Vermögenswerte. Alle diese ISO-Normen sind über die sogenannte High-Level-Structure, kurz HLS, in weiteren Bereichen identisch aufgebaut. Mit einer gleichen Struktur, einer ähnlichen Kapitelgliederung und identischen Begriffsdefinitionen. Dadurch eignen Sie sich sehr gut für ein integriertes Management-System. Ein IMS integriert die Ziele Ihres Unternehmens für die einzelnen Normen und steuert die damit verbundenen Prozesse. Somit bietet es eine zentrale Übersicht und sorgt für mehr Transparenz in der Steuerung Ihrer Abläufe und Verfahren. Es bündelt Ressourcen und spart somit Zeit und Geld, da viele Schritte aus den einzelnen Normen in einen gemeinsamen Vorgang abgehandelt und nicht für jede ISO-Zertifizierung separat erledigt werden müssen. Diese Synergien sorgen zudem für eine schlankere Dokumentation. Ein weiterer Vorteil, die verschiedenen ISO-Normen in einem IMS können ganz nach Ihren Bedürfnissen modular kombiniert und nachträglich beliebig erweitert werden. Dabei unterstützen wir von TÜVSÜD Sie natürlich sehr gerne. Bei uns erhalten Sie alle nötige Unterstützung aus einer Hand. Ob bei der Zertifizierung nach einzelnen ISO-Normen oder in Kombination in einem IMS. Und das übrigens weltweit. TÜVSÜD verfügt über ein globales Netzwerk an Auditorinnen und Auditoren mit einer hohen Fachexpertise, die wir für Sie einsetzen können. Mehr zum Thema integrierte Managementsysteme erfahren Sie auf unserer Internetseite. TÜVSÜD. Mehr Wert. Mehr Vertrauen.